Hallo ihr Lieben, willkommen zum vierten Tag der Pancake-Woche. Heute geht es um leckere Schokopancakes und wenn ihr wissen wollt, wie die gehen, bleibt ihr dabei und bis später. Ich fange wie immer mit dem Grundteig an, den habe ich jetzt hier schon vorbereitet, aber ich mache einen kleinen Stopp, bevor ich das Eiweiß hinzugebe, gebe ich noch zweieinhalb Esslöffel Kakaopulver hinzu und noch einen extra Schuss Milch, das rühre ich alles wieder gut miteinander um, bevor ich dann das steif geschlagene Eiweiß vorsichtig unterheben kann. Und schon wieder habe ich meinen fertigen Teig, den muss ich jetzt natürlich nur noch in Pancakes umwandeln. Dafür nehme ich wieder portionsweise den Teig und gebe den in die Pfanne, lasse den für ein paar Minuten anbraten, bis oben so kleine Bläschen entstehen und dann kann ich den auch schon wieder wenden und von der anderen Seite anbraten. Und das mache ich jetzt mit dem restlichen Teig weiterhin so, bis ich dann meine fertigen Pancakes habe. Servieren kann man die Pancakes am besten auch mit einer leckeren Schokosauce und die mache ich natürlich noch selber. Dafür nehme ich zuerst einmal ein bisschen Schlagsahne und gebe den hier in meinen Topf und lasse den heiß werden. Dazu gebe ich dann noch 250 Gramm Schokolade und lasse die im Topf schmelzen, rühre aber immer wieder mit einem Schneebesen um, sodass die mir nicht anbrennen kann. Die ganze Schokolade ist jetzt geschmolzen und gut mit der Sahne vermengt und jetzt kann ich die Soße schon vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. So wird die Konsistenz nämlich noch etwas fester von dem Ganzen. Hier sind jetzt die fertigen Pancakes und die selbstgemachte leckere Schokosauce. Die kommt jetzt nach oben drauf und fertig ist das Ganze. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und dann würde ich sagen, bis morgen zum fünften Tag der Pancake-Woche. Und dann würde ich sagen, bis morgen zum fünften Tag der Pancake-Woche.